Wenn Menschen sich noch nie mit dem Thema Bauhaus beschäftigt haben, wie erklären Sie denen in zwei, drei, vier Sätzen, was Bauhaus eigentlich bedeutet? Bauhaus ist für meine Begriffe etwas, was einen völlig neuen Begriff in die Kunst eingeführt hat, nämlich die Vereinigung aus Kunst und Handwerk, die wir heute alle kennen, aber dafür einen anderen Namen haben, nämlich Design. Also sich damit auseinanderzusetzen, dass ein Gebrauchsgegenstand funktional, aber auch ästhetisch sein kann, also Design, das ist das, was Walter Kropius in seinem Manifest 1919 schreibt. Und das Ganze dann auch noch auf die Architektur zu übertragen, also dass man auch Gebäude ästhetisch gestaltet, aber das technisch Funktionale mit einbezieht. Das ist so ein ganz klarer Kern, der auch bis heute überall in den einzelnen Entwürfen, die Künstlerinnen und Künstler heute machen, auch immer mit drin ist. Also Bauhaus hat überlebt, beziehungsweise Bauhaus ist etwas, was immer gültig ist. Die Bauhaus-Idee ist hier in Weimar entstanden. Wie kam es dazu, dass das ausgerechnet hier in Weimar passiert ist? Im Grunde ist das, wie vieles in Weimar, ein bisschen ein Zufall gewesen. Der Vorgänger von Walter Kropius, Henry van de Velde, der hier als künstlerischer Berater nach Weimar berufen worden war, der musste aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 1915 die Schule verlassen. Denn man hat ihn wahnsinnig angefeindet, weil er eben Ausländer gewesen ist. Und es findet dann eine Art Berufungsverfahren statt. Oder es wird erst mal ein neuer Direktor gesucht. Und Walter Kropius wird von Henry van de Velde schon nominiert, unter anderem mit zwei weiteren Kandidaten. Und kriegt dann nach langem Hin und Her, 1918, 1919 den Zuschlag und kommt dann nach Weimar. Also das Bauhaus oder die Findung des Bauhauses hat drei Jahre Vorsprung fast. Aber dann war es ja auch so, dass es hier diese räumliche Nähe gab zwischen den beiden Schulen, zwischen diesen beiden Richtungen sozusagen, weshalb man das vereinen konnte auch. Das ist exakt richtig. Denn man hat ja die alte Kunstschule, die schon 1860 gegründet wurde. Hintergrund ist, man baut die Wartburg wieder auf. Die Wartburg muss historisch ausgemalt werden. Man braucht also Fachkräfte. Also wird in der Residenzstadt in Weimar eine Kunstschule eingerichtet. Und der wird dann ab 1902 erst mal in ein kunsthandwerkliches Seminar angegliedert. Und später entsteht daraus die Kunstgewerbeschule. Und diese beiden Institutionen bestehen. Und Gropius packt diese beiden Institutionen dann zusammen unter dem Motto, Kunst und Handwerk eine neue Einheit und schafft dann sein Bauhaus. Also ohne diese beiden Schulen vor Ort hätte es als These auch das Bauhaus so gar nicht gegeben. Zumindest hier in Weimar. Wenn wir mal schauen auf die Situation heute, die Bauhaus-Universität hier in Weimar. Was macht diese Uni besonders? Besonders macht sie, dass man wie am alten Bauhaus auch diesen regen Austausch untereinander hat. Dass sich Leute aus ganz Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, wir haben insgesamt ein Drittel internationaler Studierende, hier zusammenfinden, über verschiedene Sehgewohnheiten voneinander lernen, sich austauschen in den einzelnen Lehrveranstaltungen und eben wie früher auch einfach alles ausprobieren können. Jeden Quatsch, den sie sich im Kopf ausdenken, können sie in den Werkstätten ausprobieren. Und nur indem man das kann, kann man auch innovativ sein, kann man neue Sachen entdecken. Und manchmal entstehen die tollsten Sachen über einen Fehler, den man macht. Und den darf man machen. Und in dem Moment ist Innovation da, ist Kreativität da, über dieses Ausprobieren. Und das ist, denke ich, die stärkste Gemeinsamkeit zum alten Bauhaus, was 1919 in Weimar gegründet wurde. Nochmal kurz ein kleines bisschen Historie. Können Sie noch einmal erzählen, warum das Bauhaus damals quasi aus Weimar verjagt worden ist? Die politischen Verhältnisse haben sich verändert 1924. Es kam also eine Koalition aus konservativen, liberalen und national-konservativen Zustande. Und das ist eben auch der Grund gewesen, warum man in Thüringen Anfang des Jahres so sehr aufmerksam war über das, was sich hier getan hat, welche Koalitionen sich hier formeln. Denn diese Koalition hat damals den Bauhaus ein Großteil des Etats gekürzt. Und damit war für Walter Korpus klar, diese Schule ist nicht mehr überlebensfähig hier. Und dieses Kürzen der Mittel ist natürlich der fieseste, aber für die andere Seite eleganteste Weg, um sich die Leute vom Hals zu schaffen. Und so ist dieses Verjagen des Bauhauses, das ist so ein sehr symbolischer Begriff, aber man ist natürlich nicht mit der Keule durchs Dorf gelaufen und hat die Leute rausgetrieben, sondern man hat es sehr perfide gemacht über diese Mittel und über Politik, die eben der Meinung war, das Bauhaus passt nicht. Und die Bauhäuser haben ein Problem bekommen, als dann 1920 Weimar eben auch noch Landeshauptstadt von Thüringen wurde, nachdem sich der Staat Thüringen gegründet hat, sind alle Politiker hier. Sie sind ständig im Fokus. Das Bürgertum geht in die konservative Richtung, hängt sich dann an die konservativen Politiker dran und damit ist das Bauhaus im Grunde hier zum Scheitern verurteilt gewesen, weil kaum noch Unterstützer da waren, die diesen Bauhaus-Gedanken mitgetragen haben. Ganz kurzer Schlenker noch zu meinem eigentlichen Thema, die Bundesstraße 7, die eben auch hier wie in Wuppertal einmal quer durch die Stadt führt sozusagen. Haben Sie sich irgendwann mal Gedanken gemacht, wo die hinführt, wo die herkommt? Ehrlich gesagt nicht. Ich wusste nicht, dass die B7 durch Wuppertal geht. Was sehr lustig ist, weil ich eigentlich jedes Jahr einmal nicht weit entfernt in Düsseldorf bei einer ehemaligen Kommilitonin bin und also auch manchmal durch Wuppertal durchfahre, weil ja die S-Bahn nach Düsseldorf schon in Wuppertal auch beginnt. Und bin jetzt selber darüber überrascht, dass wir diese wunderbare Verbindung haben, die quasi einmal quer durchs Land geht und bin insofern ganz froh, dass ich durch diesen Beitrag darauf aufmerksam geworden bin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.